Musik Hey Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Story of Seasons, Pioneers of Olive Town. Ich nehme euch jetzt direkt mit, wenn ich mich schlafen lege, weil beim letzten Mal kam ja dann nach dem Schlafen gehen bzw. nach dem Aufwachen direkt eine Sequenz und um das zu umgehen, machen wir das jetzt einfach mal so. Gut, der nächste Tag erwartet uns und ich denke, heute werden wir noch mal einiges erleben. Heute haben wir nichts verschickt, das heißt, wir haben leider gar kein Geld eingenommen, wir haben nur Geld ausgegeben, aber muss ja auch mal sein. So, das war dieser Streich und der nächste folgt sogleich. Heute möchte ich ja mit euch den Hühnerstall ausbauen und eventuell vielleicht, je nachdem, auch schon ein Haustier holen. Ähm, aber das weiß ich noch nicht hundert Prozent. Ja, seht ihr genau, der ist nämlich der Bürgermeister, der Viktor. Guten Morgen, Kari, du hast dein Haus schon zu einer Blockhütte ausgebaut. Lass dich beglückwünschen, ich wusste, du schaffst das. Aber du weißt schon, wenn die dir auch irgendwann mal nicht mehr reicht, könntest du noch weiter ausbauen. Wenn du in Nigels Werkstatt gehst und ihn wieder beauftragst, mach dir gern etwas Schönes aus deinem Haus. Wie? Findest du das nicht schön? Du kannst Nigel darum bitten, das Haus zu vergrößern. In einem größeren Haus kannst du kochen, Haustiere halten und dein Hofleben genießen. Ja, das haben wir ja schon. Das wäre alles, was ich weiß. Als Bürgermeister findest du mich meistens im Ort. Komm zu mir, wenn du etwas brauchst. Ich freue mich darauf zu sehen, was du kannst. Dein Hof wird sicher genauso wunderbar sein wie der deines Großvaters. Ja, danke für deine Zuversicht, Nigel. So. Ich weiß nicht, warum ich manchmal schon mal Standbilder drin habe. Ob das irgendwie an der Übertragung liegt von der Capture Card zum PC? Keine Ahnung. Ach ja, ich habe hier noch... Habe ich hier irgendwie irgendwo noch eine Truhe? Oder so? Oder kann ich da auch selber was herstellen? Ich habe hier auch noch die Dinger zum Verwerten. Ne, eine Truhe kann ich noch nicht bauen. Noch nicht. Aber ich könnte hier den Barrenfertiger, Büroerz und den Bauholzfertiger, die könnte ich herstellen. Ich weiß noch nicht so genau, wo ich die dann hinstellen wollen würde. Weil die will ich eigentlich nicht ins Haus haben. Die möchte ich dann eher draußen irgendwo hinstellen. Ich weiß nur noch nicht genau, wo. Aber erst mal hier, ähm, den, 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 das Dings da ausbauen. Nicht, dass ich dann hier stehe und ich habe hier den Holzfertiger, aber ich kann immer noch kein, kein, kein Hühnerstall bauen. Also der Hühnerstall ist mir jetzt gerade erst mal am wichtigsten. Weil der bringt mir auch regelmäßig wieder neue, äh, Einnahmen, wenn ich dann ein Eier verkaufen kann und so. Was bist du? Hm. Kann ich hier noch irgendwas die... Das kann ich ernten? Was war das? Das war eine Mondtaubblume. Warte mal, hatte ich Angeln auch schon gelernt? Nee, Angeln hatte ich noch nicht gelernt. Okay. Da wächst schon wieder was. Eigentlich können wir den doch jetzt reparieren, oder? Zack. Oh, das machen wir sogar selber. Okay. Oh, wie süß ist der denn? Gib der Einrichtung einen Namen. Oh, ich weiß nicht, wie ich das nennen soll. Hühnerstall, Chicken Run, McChicken. McChicken ist nur so, nur, nur dafür. Ich esse tatsächlich gar nicht mehr mal Meckes. Außer mal ein paar Pommes oder sowas. Aber Fleisch gibt es da für mich nicht. Ähm. Aber McChicken fände ich irgendwie ganz süß für einen Hühnerstall, oder? Wahrscheinlich ist es... Wahrscheinlich sind jetzt schon wieder Leute dran, die sagen, häh, das ist makaber. Aber ich mache das jetzt einfach mal so. So. Hühnerstelle. Hühner werden im Hühnerstall gehalten. Füttere sie oder lass sie draußen grasen, damit sie Eier legen, die du am nächsten Tag einsammeln kannst. Ja. Grasen lassen können wir hier machen. Ich kann auch eintreten, aber ich muss scheinbar keine Tür aufmachen oder so. Tierpflege. Ja, da seht ihr schon so eine lustige Kugelkuh. Platziere Futter in den Futterbehältern deiner Tiere. Sie bedienen sich jeden Tag daran. Tiere, die gefüttert werden, produzieren am nächsten Tag Tierprodukte. Ja, haben wir ja dann... Das kann ja schon draußen fressen. Hühner einsehen. Aber wir haben ja noch keins. Wir müssen ja erst mal das Huhn, was draußen rumhüpft. Müssen wir ja erst mal zähmen. So, du musst dieses Tier zur richtigen Einrichtung bringen, um es... Um dich dort, um es... Um dich, um es zu kümmern. Jetzt dort hinbringen. Ha. So. Oha, gib dem Tier einen Namen. Wie nennen wir das denn mal? Ähm... Wie konnte ich... Ach, ah, so konnte ich das. Das ist die... Wie bei Michel. Das ist die Hinkel-Lotter. So. Grasen. Wenn du die Glocke bei der Scheune oder dem Hühnerstall läutest, kommen die Tiere heraus. Draußen grasen sie und genießen die frische Luft. Bei schlechtem Wetter müssen die Tiere drinnen bleiben. Okay. Bock, 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 bock. Jetzt ist halt nur die Frage, wie kriege ich denn da Futter rein? Muss ich das kaufen oder kann ich das auch irgendwie herstellen? Das weiß ich jetzt nicht. Apropos herstellen, kann ich jetzt hier noch irgendwas von den Sachen machen? Den könnte ich herstellen, den Barrenfertiger. Aber ich weiß noch nicht, ob das so sinnig ist. Ich glaube, ich würde ganz gerne erst mal noch... Ich glaube, ich würde ganz gerne erst mal noch den Bauholzfertiger hier bauen. Weil ich glaube, das ist erst mal wichtiger, oder? Kann mich auch irren. Wir brauchen... Wir brauchen noch zweimal Holz. Dann hacke ich das hier noch kaputt. Dann haben die Hühner hier auch eine schöne große Wiese. Beziehungsweise im Moment habe ich ja nur einen Huhn. So. Nein, das wollte ich nicht. Sorry. Hallo? Ach so. Ups. So. Fertiger benutzen. Nachdem du einen Fertiger hergestellt hast, kannst du ihn auf deinem Hof platzieren. Lege einen Gegenstand ein, warte kurz und bumm. Fertig. Okay. Gut. Ähm. Da ist der Fertiger. Den packe ich jetzt mal einmal da hin. Und dann müsste ich ihn ja platzieren können. Bauholzfertiger. Den kann ich hier denn nur... Den kann ich hier nirgendwo... Das ist ja blöd, dass ich den hier nirgendwo hinstellen kann. Könnte ich den dann theoretisch ins Haus stellen? Das interessiert mich jetzt mal. Nee. Das geht scheinbar gar nicht. Ja, dann habe ich aber eine Idee, wo ich den hinstellen könnte. Aber hier hinten habe ich eigentlich schon mal Wildkräuter. Kann ich den nicht da direkt... Ach, das ist ja blöd. Aber da kann ich den errichten. Aber irgendwie steht er da doof. Ich weiß es noch nicht, aber das... Nur die Gegenstände, die ja mit verbunden sind, gehen verloren. Ich würde ihn gerne da oben hinstellen, aber ich glaube, das geht nicht. Ja, komm, ich stelle ihn jetzt erstmal da hin. Den können wir ja wann anders mal noch umbauen. So, und wenn ich die jetzt da reinpacke... Dann verarbeitet er mir das Holz, was ich noch gehabt habe. Okay. So weit, so sinnig. Das Gras würde ich jetzt hier also nicht abbauen. Ansonsten hat mein Huhn nichts mehr zu fressen. Oregano können wir ernten. Aber hier den... Das sind die Steine. Was will das Huhn mit Steinen? Außer die mir als Ei unterzujubeln, kann das damit überhaupt nichts anfangen. Von daher... Von daher schauen wir doch mal. Kann ich mal noch ein bisschen was kaputt hacken hier? So, meinem Hühnchen geht es jetzt gut. Kann ich das eigentlich auch noch streicheln oder sowas? Ja. Oh, die Hinkelhauter freut sich. Ah, scheinbar bringt es aber nur einmal am Tag was. Wenn das da überhaupt was bringt. Aber das klang so, als ob es was bringen würde. Und da, reparieren. Wie teuer ist das? Wie viel kostet das? Kostet fast gar nichts. Hofhindernisse. Wenn du Hindernisse reparierst oder entfernst, steht dir mehr Anbaufläche zur Verfügung. Arbeit beantragen, Materialien. Arbeit beantragen, Geld. Bauholz. Seht ihr? Wenn ich, ähm, fünf Bauholz... Was? Wie viel Bauholz hab? Oh, ich glaube fünf stand da. Dann, ähm... Das dauert aber lange. Alter. Dann krieg ich da auf jeden Fall, ähm... Krieg ich da meine Hütte hin. Meine Dings meine ich. Meine Brücke. Nicht meine Hütte, meine Brücke krieg ich dann da hin. Bam. Badam. So, wie viel krieg ich da jetzt da raus? Ich hab eben mein ganzes Holz da reingeschmissen. Krieg ich das jetzt auch direkt am Stück da? Komm. Endspurt. 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 Ja. Du schaffst es. Ich habe exakt ein... Du brauchst drei für ein Bauholz. Ach du Schande. Ja gut. Das ist natürlich krass. Oh je. Gut, ihr Lieben. Ich würde aber sagen, das war's für heute. Morgen werden wir uns dann mal um ein Haustier kümmern und mal gucken, dass Hinkelotter vielleicht noch ein, zwei Hühnchen dazu bekommt, dass sie nicht ganz so alleine ist. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei sein würdet. Lasst gerne einen Daumen nach oben da oder auch ein kostenloses Abo, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Und bis dann. Beim nächsten Mal. Ab und verkackt. Gut. Bis dann. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020